ja leute meine freunde und schwanzlöcher hier bin ich und achmet da sieht man ihn von hinten wir machen jetzt eine longboardfahrt oder tour keine ahnung okay mich sieht man vielleicht scheiße weil es die sonne da ist und so wir wollen jetzt aber mit freund ab kevin puten fleisch und sein zeug und dann marcel vielleicht kennt ihr sie nicht aber unsere freunde die haben auch longboards und die waren von mecky ich hab nichts gegessen aber auch mit dem heiß und was soll ich sagen geiles wetter heute eindeutig geiler tag zum longboarden und ja marcel versaut das ganze video weil er so fett ist und überdeckt uns ist alles und vieles halt und so dings und hund und die fast vielleicht gibt es mehrere teile hier ein paar lücken oder pausen geben im video also wir fahren jetzt zum kevin da machen wir mal stopp machen wir dann weiter halt wir sind noch nicht mal da also wir fahren jetzt noch bis neben eis venturi geiles eis halt geiles eis und so ein zeug der raucht jetzt eine aber leise so habt es gesehen zu leicht leute winterjährig und raucht also ich werde was das scheiße meine fresse ich werde das sagen ich mache vielleicht ein paar geile videos jetzt dann auf ne pläsi jetzt auch mal geflogen okay wir fahren jetzt und wir fahren 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 und das puten vielleicht gleich wir holen jetzt putenfleisch ab also und ich will bloß sagen wer mir am meisten die daumen hoch gibt geile kommentare nach dem gewinnspiel vielleicht die wiu oder so und also halt so und geile spiele mario und halb geile kommentare und so zack um aus dem ober ist keine ahnung von wem sie fallen behindert aus einer hat der glatze und die anderen sind völlig schwul aus weil angst klingt irgendwie zur zeit hey was ist damit oh mein gott hey die haben wir das auto hey ich hatte schwer okay wir sind gleich neben putenfleisch warte man ich sag doch da kommt ein gelb so ja keine ahnung warte boah voll anstrengend wo hier wohnt irgendwo meine lehrerin irgendwo hier keine ahnung ich hasse sie irgendwie voll streng also wir sind hier jetzt neben putenfleisch also neben kevin wir holen ihn ab wenn er raus darf der holt er oder dingst dingst dann wumms okay ahmet holt ihn ab und ich mach mal eine pause achmet holt ihn ab achtsch er holt ihn ab also mach mal pause ja leute wenn das uns keiner da durchnimmt was der kevin puten der lab wir haben kevin abgeholt weil da mein schatz greif euch ja keine ahnung was der da labert es gibt keine ahnung du wusstest ja nicht mal wo McDonalds ist sie streiten sich und kevin weiß nicht wo McDonalds ist ja auch weil wir es gesagt haben wir haben uns voll das hat man man hat mir doch ein langwort weg geschlagen man der ist stecken geblieben lass ihn doch los okay kein puten wartet ganz vorne ahmet hat mein langwort geklaut von hinten da wartet mal hier ist die kreuzung bei der tingsbums schaut nicht nur meine videos an sondern von Jochen Puter oder von Seegurke Kevin oder so ich hatte ja kein video egal Jochen Puter oder Achmet Moser Moser ok nein da ganz ganz runter ey jetzt steh ich halt ja ok wir fahren runter wir fahren zuerst los ok ich fahr los nicht mehr in den Arsch packen aber nicht so ganz schnell fahr ich runter nein nein scheiße ich knall da voll hin ich bin an also eine Metallstange scheiße ich wollte lenken und hab zu spät gelenkt boah scheiße steine man ich fahr einfach lauter man ich fahr einfach lauter man ich fahr einfach lauter keine Ahnung was mit mir los ist sag warte mal komm mach mal jetzt beeil dich pack dich doch wieder in den Arsch ich fahr einfach mal ich fahr einfach mal ich fahr einfach mal ich fahr einfach mal das sagt tatsächlich Marcel wollte nicht oder er ich habe mir auf Worte geschrieben dürfte nicht dass er der Mann so dumm ist und nicht erlaubt hat du bist so lieber oder? ja wie letztes mal komm mach mit komm komm mit okay auf gehst nach Macky kann er noch ich war ich weiß nicht was ich sagen soll Hunde, alte Oma! Achmed, ist schon das dritte Video, oder? Was ist? Wir können rüber! Fahr, Achmed! Fahr, Achmed! Fahr! Los, Achmed! Mann, Achmed! Jens, Mann! Ich muss nicht mehr fressen! Du bist so pene! Ich kann die Kurve nicht! Ich kann die Kurve nicht! Kommst du her! So ein kleiner Bastard! Ja, dann lockere ich sie mal ein bisschen später! Halt die Fresse auch mit! Schick dich, Alter! Warum bin ich der Einzige, der jetzt voll runterflüttet? Ich weh! Ich weh! Ich weh! Okay! Hier, Merkir! Ja! Ich bin hier den zwei Schwänzen im Eis! Und ich mach hier jetzt mal Pause! Merkir! Wo geht's?